Extremes Gelände. Rutschig, steil und unwegsam. Höchste Belastung für Mensch und Maschine. Doch die Arbeit in solchen Handlagen wird jetzt zum Kinderspiel. Mit dem Terratec LS Grip. Ein Gummireifen mit Spitzen aus Metall. Sie vertahnen sich mit dem Untergrund und halten die Maschine sicher am Hang. Auf steinigem Untergrund geben die Stacheln nach und der Gummi haftet am Boden. Auf der Straße überzeugt der LS Grip mit dem Komfort einer Luftbereifung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stachelrädern aus Metall werden keine Vibrationen auf den Holm übertragen. Für die Arbeit in leichterem Gelände gibt es den LS Grip auch ohne Metallspitzen. Ein modulares Felgendesign erlaubt den Einsatz nicht nur am E-Bags, sondern an allen gängigen Einachsern und Breitspurmäher. Neugierig? Dann überzeugt euch selbst bei einer Probefahrt. Die neuen Räder bekommt ihr direkt bei der Firma Terratec oder bei ausgewählten Fachhändlern. Terratec LS Grip. Die Revolution des Stachelrads. Komfortabel wie ein Luftreifen. Sicher wie eine Stachelwalze. Von der Imagen des IBEX MUFAMIAS.